Warum führen wir ständig solche Scheindebatten um Atomenergie oder E-Fuels oder Technologieoffenheit und so? Und ich kann das irgendwie nicht mehr hören, weil ich mit 17, erinnere ich mich noch, habe ich ein Referat in der Schule gehalten über den sauren Regen, das war damals ein Riesenthema, da bin ich durch den Grunewald und habe da an diesen Kiefern und Fichten hochgeguckt und sah sozusagen, wie da die Nadeln schon runterrieselten. Und in dem Referat haben wir auch gesprochen über den Nutzen von Tempolimit. Und das ist jetzt bald 40 Jahre her und irgendwie habe ich so ein Déjà-vu und ich frage mich auch, was haben wir in dieser Zeit versäumt, woran lag das, was war das Missing Link auch in der Kommunikation und warum müssen wir immer noch Verkehrsminister ertragen, die sagen, wir müssen mehr Autobahnen bauen, um CO2 zu sparen.